Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam wa rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, liebe Geschwister im Islam, die erste Nacht der letzten zehn Nächte haben wir schon hinter uns. Die zweite Nacht haben wir noch nicht ganz hinter uns. Es ist jetzt schon 0.34 Uhr. Und man muss sich fragen, wie viel hat man bisher geschafft? Wie viel hat man bisher hinbekommen? Und wir wissen, gerade der Ramadan ist wichtig, dass man viel Koran liest. Ist man damit zufrieden, wie viel man bisher gelesen hat? Gerade wo wir jetzt in vielen Teilen Deutschlands Osterferien haben. Und wie ist es mit dem Gebet? Hat man die nächtlichen Gebete, spezifisch für Ramadan, hat man die gebetet? Ja, wenn man das nicht in der Moschee schafft, man kann das auch zu Hause machen. Dass man zum Beispiel betet, zwei rakat taslim, 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 zwei rakat taslim. Der Prophet hat immer nur elf bis 13 rakat gebetet, nach Aisha radiallahu anha. Und was ich jedem als Ratschlag gebe, ist, dass er sich vornimmt, einen bestimmten Teil vom Koran jeden Tag zu lesen und zu lernen. Dass man sich vielleicht sagt, das heißt, wenn man normalerweise eine Stunde am Tag Koran liest, dass man sagt, ich lese zwei. Wenn man normalerweise zwei Stunden am Tag liest, sagt ich lese drei. Wenn man normalerweise drei liest, fünf. Oder so auf diese Art, dass man sich etwas mehr vornimmt. Wenn man es nicht schafft, zumindest zu lesen, zu hören. Warum? Hören ist auch gut. Warum? Weil Jibril kam zum Propheten und hat ihm den Koran vorgelesen. Und der nächste Tipp ist, dass man sich eine Liste macht von Leuten und Menschen und Dingen, für die man Doa machen will. Zum Beispiel die Rechtleitung der Oma, die Rechtleitung der Eltern, die Rechtleitung der Familienangehörigen, natürlich das Paradies, Rettung vor der Hölle, dass die Kinder Gläubige werden, etc. Dass man sich eine Liste macht und es nicht vergisst, weil diese Tage sind so wertvoll. Und in diesen Tagen ist auch irgendwann Laylat lukadr. Und Allah sagt im Koran, Laylat lukadri khayru min elfi sharr. Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausend Monate. Ich habe gestern gesagt, so gut wie tausend Monate. Natürlich besser. Ja, weil wenn sie nur so gut ist wie tausend Monate, Allah au Akbar, drei nach Tschar, reicht ja schon. Das ist ja schon so gewaltig, dass man schon, Allah au Akbar. Gut, dass wir diese Nacht, also diese Nacht durften wir auf keinen Fall verpassen. Aber die ist sogar noch besser, um genau zu sein. Ja, da hat mich irgendjemand darauf aufmerksam gemacht. Das war ein Flüchtigkeitsfehler gewesen, den ich leider schon öfter gemacht habe. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt nun mal so. Ja, und dann, wie können wir uns motivieren für diesen Monat nochmal, gerade im Sujud viel Dua zu machen, gerade die Nachtgebete zu beten. Indem man sich mal Passagen aus dem Koran durchliest. Und ich lese euch mal eine Passage aus dem Koran, vor aus der Sotel Waqa'a, das ist die 56. Suche. Ein Waqa'a, das kommt von dem Arabischen Wort Waqa'a. Waqa'a ist, es ist eingetroffen. Ja, das ist also die Eintreffende. Und damit ist der jüngste Tag gemeint. Das steht, das heißt, im Namen Allahs des Allerwarmestes beim Herzigen, wenn die Eintreffende eintreffen wird, gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird. Jetzt gibt es noch Leute, die leugnen das. Ach, passiert schon nichts. Ach doch, ist doch nie jemand zurückgekommen. Aber dann, wenn das passiert, gibt es keinen mehr. Das ist einfach, das ist vorbei, zu spät. Der Glaube nützt da noch nichts mehr, es ist zu spät. Jetzt ist die Probe vorbei. Ende. Ja, sie wird niedrig machen und erhöhen. Das heißt, es gibt vielleicht jemanden in diesem Leben, der wurde als Niedriger betrachtet, der war arm, und der wird erhöht, erhöht. Ja, und es gibt jemanden, der galt vielleicht als der reichste, mächtigste, angesehenste Mensch und der wird erniedrigt von Allah subhanahu wa ta'ala. Hier steht die Nacht, also dieser Eintreffende wird sie erniedrigen. Also Allah wird durch den jüngsten Tag ihn erniedrigen. Ja, wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird und die Berge völlig zermalmt werden, Berge völlig zermalmt. Guckt euch das mal an, wir wundern uns manchmal, wie man auch im Tunnel in den Berg kommt. Die Berge, egal welcher Berg, Kilimanjaro, Mount Everest, alle Berge, Zugspitze, solche Berge, die so riesengroß werden, Allah hat die Macht, die werden alle völlig zermalmt. Und dann zu verstreuten Staub werden. Die Berge werden zu verstreuten, wie kann man sich das vorstellen, werden zu verstreuten Staub. Und ihr in drei Arten aufgeteilt werdet. Drei Arten. Von diesen drei Arten sind zwei für das Paradies und eine für die Hölle. Die Gefährten von der rechten Seite, was sind die Gefährten von der rechten Seite? Und die Gefährten von der unheilvollen Seite, auch wörtlich von der linken Seite, was sind die Gefährten von der unheilvollen, von der linken Seite? Wer sind das? Was ist damit gemeint? Jetzt höre zu, wer die sind. O Diener Allahs, höre zu, wer damit gemeint ist. Und die Vorausgehalten. Ja, die Vorausgehalten. Wer sind die? Frag sich, was sind die drei? Es geht um so einen gewaltigen Tag. Die Berge werden zermalmt, dass die eintreffen. Es gibt keinen mehr, der ist leugnend, wo es jetzt so viele leugnen. Es werden in drei Kategorien unterteilt. Man denkt sich sofort, okay, jetzt hören wir mal zu, was die Beschreibungen dieser Unterteilung sind. Und die Vorausgehalten, ja, die Vorausgehalten, das sind diejenigen, die Allah nahegestellt sein werden. In den Gärten der Wonne. Eine Menge von den früheren, also eine Menge von den früheren, die früher waren, wie die Sahaba beispielsweise, und wenige von den späteren. Das heißt, es gibt unter den späteren, unter den jetzigen, gibt es noch welche, also die später kommen, gibt es noch welche, die eine gewaltige Stellung bei Abba haben werden. Das heißt, liebe Geschwister, lasst uns versuchen, zu dieser Kategorie zu gehören, weil es geht um den Tag der Ewigkeit. Wenige von den späteren. Und jetzt wird beschrieben, was sie im Paradies bekommen, etc., etc. Ich will eigentlich hier schon stoppen, weil das reicht eigentlich schon als Ermahnung, zu wissen, was es für einen gewaltigen Tag geben wird. Und dass man in drei Kategorien einen Tag eingeteilt wird. Die zwei für das Paradies und eine für die Hölle. Und was wollen wir sein? Wir wollen am besten die Besten sein. Und deswegen vergesst nicht, viel Dua in diesem Ramadan zu machen. Ich aktiviere mal kurz die Kommentare. So. Kann ich euch noch irgendwas sagen, helfen? So. War aber heute echt wenig los gewesen gerade. Aber ja, ist auch spät. Deswegen. Jetzt, wo die Kommentare aufgehen, kommen bestimmt wieder viele Leute dazu, um dumme Fragen zu stellen. Oder dumme Bemerkungen. Bist du krank? Da habe ich keinen Bock drauf. Auf Mitleid. Ist zwar nett gemeint, aber mag ich nicht. Aleykum Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Amin. Danke. Kann man mit Dua das Schicksal ändern? Schwester, ich gebe dir den Ratschlag, dir meinen Vortrag anzuschauen über die sechs Säulen des Iman. Was sind die sechs Säulen des Iman? Der Glaube an Allah, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Propheten, der Glaube an den Nix-Tag, der Glaube an den Kadar. Kann man die Verherbestimmung damit ändern? Was heißt Vorherbestimmung? Was heißt das? Allah ist allwissend. Er wusste schon immer, was passieren wird. Und das, was er wusste, was passieren wird, hat er niederschreiben lassen. Das heißt, das, was Allah in Law al-Mahfuzh geschrieben hat, kann man nicht ändern. Aber es gibt nicht nur dieses Geschriebene. Es gibt auch das, was am Anfang des Lebens geschrieben wird. Es gibt auch das, was für das Ja geschrieben wird. Das kann man ändern. Aber was in Law al-Mahfuzh steht, nach der ewigen Weisheit und Wissen von Allah, kann man nicht ändern. Allah hat das geschrieben, was er wusste, was du tun wirst. Kurz zusammengefasst. Aber du weißt ja nicht, was Allah geschrieben hat. Vielleicht hat Allah beispielsweise geschrieben, weil es gibt da manche, die das falsch verstehen. Die sagen dann, ja, wen du heiratest, ist sowieso bestimmt. Dann brauchst du ja keine Dua zu machen. Ja doch, vielleicht ist das ja geschrieben worden von Allah, weil er wusste, dass du die Dua machst und er diese Dua erhört. Okay. Wenn man nicht weiß, ob man im dritten oder vierten Rakat ist, dann betet man so, als wenn man im dritten ist und macht dann zu Jut Sahu vor dem Taslim nach der korrektesten Meinung. Es gibt auch manche Gelehrte, die sagen nach dem Taslim. Es gibt auch manche Gelehrte, die sagen, ja, ist egal, ob vor oder nach dem Taslim. So. Ach, hat er die Antwort erhalten gut? MashaAllah, Tabarakallah, Walaikum Salam, Rahmatullah Barakatuh, und ich liebe dich für Allah. Habba ka ladzi ahbabteni fe, möge Allah dich segnen, Bruder. Warst du mal in Bonn? Ich habe in Bonn gelebt. Bruder, guck mal, immer diese Fragen, was ist die Strafe von Allah, wenn man dies macht? Was ist die Strafe von Allah, wenn man das macht? Was ist die Strafe? Ja, guck mal, das ist immer so, als wenn man so fragen würde, mal gucken, wenn die Strafe nicht allzu hoch ist, dann mache ich es vielleicht. Wenn die Strafe aber schlimm ist, dann mache ich es. Dann mache ich es nicht. Leute, Leute, so sollte man nicht vorgehen. Man sollte, wenn man hört, dass etwas verboten ist, davon Abstand nehmen. Ja, denn Allah sagt im Koran, was ist die Strafe von Allah, Zerat und Mustaqim, und wir haben deutliche Irrwege, und deswegen sollten wir uns von allem, was Haram ist, sollten wir uns fernhalten. Denn selbst, wenn es eine kleine Sünde ist, kleine Sünden führen zu großen Sünden, große Sünden führen zu Kuffer, selbst wenn es eine kleine Sünde ist, man soll die Sünde nicht als klein sehen, in Bezug auf die Sünde, sondern man soll sehen, man soll sich vergewissern, wem man ungehorsam dabei ist, und dass Allah der Größte ist. Wenn in dieser Form von Geld, wo dir etwas gibt aus dieser Form, es gibt unterschiedliche Formen von Haram-Geld, ist das sein Problem, nicht dein Problem. Wenn man nachfasten muss, hat man bis zum nächsten Ramadan Zeit, die Tage nachzufasten. Salam Aleikum, Bruder Abou Hamza. Im Moment sind diese Blitzantworten auf islamische Fragen auf TikTok, Instagram sehr verbreitet, aber ich kenne einige Imame, die das auch kritisieren, wie siehst du das? Also, man muss die Sache differenziert sehen. Es gibt Sachen, die man wirklich blitzschnell beantworten kann. Es gibt Dinge, die man ganz einfach und schnell beantworten kann. Aber in der Regel, und da habe ich schon Vorträge darüber gemacht, ist unser DNA, dass wir, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas über die Religion sagen, Beweise vom Koran und Sunna bringen. Denn die Religion bei uns ist nicht, der Opa hat gesagt, oder die Oma hat gesagt, oder der Hoca hat gesagt, oder irgendjemand hat gesagt, die Religion ist bei uns, call Allah, call Allah Rasulullah. Allah hat gesagt, der Gesandte hat gesagt. Und hier ist es oft so, dass wir verschiedene Beweise genau beleuchten müssen, genau erklären müssen, weil wir wollen nicht, dass die Leute uns folgen, wir wollen, dass die Leute dem Propheten, a.s.w. folgen, weil Allah ihn als letzten Propheten gesandt hat. Und weil er keine Fehler macht. Denn Allah sagt im Koran, وَمَا يَنْتِقَنِ الْهَوَا إِنْهُ إِلَا وَحْيُنْ يُحَا Er redet nicht um seine eigene Lüsten oder Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Okay? So, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir, immer versuchen, so authentisch wie möglich zu sein. Und ich glaube, dass es langfristig nicht gut ist, auf diesen Trend anzuspringen, anzubeißen, den einige Leute auf TikTok angefangen haben, die keine Ahnung von der Religion haben. Dass wir dann von Alu Sunna Wal Jamaah sagen, okay, damit wir auf diese Leute antworten, machen wir jetzt auch so ganz kurze Videos. Es muss mindestens ein Beweis erwähnt werden. Das ist meine klare Meinung dazu. Es muss mindestens ein Beweis erklärt werden. Weil es geht bei den Fragen beantworten, nicht nur darum, die Frage zu beantworten, sondern es geht auch darum, Leute zu erziehen. Sie zu erziehen, Koran und Sunna zu folgen. Und ich war schon oft in Berlin. Hamburg ist nichts geplant. Im Verbeuge und Rokur macht man keine Dua und liest auch keinen Koran. Also, Entschuldigung, es gibt eine bestimmte Dua, die auch überliefert wird hier. Aber man macht keine freiwilligen Dua. Der Ort für Dua ist das Zujud. Wie geht man mit Familienmitgliedern um, die nicht fast aggressiv werden, wenn man sie mit guten Worten ermahnt? Sollte man auch danach härter reden, wenn sie dann hochmütig reagieren? Guck mal, es ist immer schwierig zu sagen, wie man genau auf eine bestimmte Person reagiert. In der Regel, solche Leute, da nützt es auch nichts, danach härter zu reagieren. Du hast deine Pflicht getan, das war's. Ich meine, Leute, wenn einer im Ramadan nicht fastet, dann muss er uns wirklich leid tun. Muss er uns wirklich leid tun, weil da ist so gut wie keine Verbindung mehr mit dem Islam vorhanden. Und das Problem ist halt die Unwissenheit in der Religion und dass es eine unislamische Erziehung gab. Alhamdulillah, dass ihr bereit seid, solche Unterricht zu hören, im Ramadan zu fasten. Wenn man die Tage nicht nachgeholt hat, dann muss man, dann hat man eine Sünde begangen. Also guck mal, es ist ja folgendes. Es gibt einmal, dass ich aus einem Entschuldigungsgrund den Ramadan nicht faste. Zum Beispiel, jemand ist krank. Zum Beispiel, jemand ist auf der Reise. Zum Beispiel, eine Frau hat ihre Periode. Sie fastet nicht. Diese Person hat, wenn sie das Fasten bricht, keine Sünde begangen. Wenn sie aber bis zum nächsten Ramadan den Tag nicht nachgefastet hat, dann hat sie eine Sünde begangen. Dann hat sie eine Sünde begangen. Und sie muss dann noch für jeden Tag nach der Hanbalidschen Rechtsschule einen Armen speisen. Was kannst du machen, dass du im Leben Erfolg hast? Schau dir meinen Vortrag an, der wahre Erfolg. Pierre Vogel, der wahre Erfolg. Wie man im Gebet aufsteht, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Weil der Hadith sagt, dass der Prophet sich abgestützt hat beim Aufstehen, so wie wenn man einen Teig knetet. Knete ich den Teig so oder knete ich den so? Eine andere, dann gibt es aber auch noch Überlieferungen, die sagen, der ist sofort aufgestanden, so wie man das in den türkischen Moscheen oft sieht. Und manche Gelehrte sagen, die mit dem Aufstehen, als wenn er die knetet, sehen die als Stärke an. und sagen deswegen, also aufstehen mit den Händen. Sheikh Uthaymin sagt, Rahimullah, in Scharh Hazad al-Mustaqna, dass in der Anfangszeit, wo er jung war, er einfach aufgestanden ist und später sich abgestützt hat. Dass also aus diesem Grund beides erlaubt ist. Bruder, wir haben ja sehr viele, ich habe ja Vorträge gemacht darüber, wie man betet. das Gebet lernen auf YouTube. Da haben wir jetzt keine spezifische Gruppe, aber das wird sehr intensiv genau erklärt. Oder man ist nicht sofort ein, guck mal, ach, das ist auch vom Schektar, man ist nicht sofort ein Heuchler, wenn man das Gebet nicht pünktlich betet. ja, so, weil, weil das ist auch etwas, womit, ähm, deswegen, Bruder, wegen Depressionen darf man den Kasar beten. Bruder, was meinst du mit pünktlich beten? Meinst du mit pünktlich beten, dass man es nicht direkt auf die erste Zeit betet, oder meinst du, man betet es außerhalb der Zeit? Wo kann man den Islam besser ausleben? Bruder, es fängt alles bei dir an. Wenn man sie nicht nachgefasst hat, soll man auch noch für jeden Tag einen Armen speisen. Ja, davon ist auszugehen, wenn Aysa wieder gekommt. Aleyhisselam. Okay, meine lieben Geschwister, ich mache dann mal Schluss, wollte nur mal kurz Hallo sagen, vergesst nicht, Dua zu machen. Sujud auf Arabisch, Dua, das geht auch auf Deutsch, gibt es Meinungsverschiedenheit dazu, und meine Meinung dazu ist, dass es auch auf Deutsch geht. Weil, warum? Guck mal, wir müssen ja fragen, wir müssen ja fragen, warum soll es verboten sein, Dua auf Deutsch zu machen? Warum? Da gibt es ja manche, die sagen, weil, weil, das Bittgebet, der Sujud, also, dem Gesichernboden, ist ja ein Ort des Bittgebetes, warum soll ich es nicht auf Deutsch sagen können? Allah versteht ja jede Sprache. Okay? Und, gerade wenn man das in der Heimatsprache macht, ist es dann oft auch sinnvoller. Okay. Das Argument ist, dass man sagt, ja, das ist wie Sprechen im Gebet. Aber ist das wirklich Sprechen im Gebet? Und das sehe ich absolut nicht so. Ja, ist das wie Sprechen im Gebet? Also, ich meine, das ist ein Ort des Sujuds. Allah liebt es, wenn man Dua zu ihm macht. Warum sage ich dann, in dem Ort, wo es immer am beliebtesten ist, darf ich dann nicht die Dua machen, die bei mir am meisten vom Herzen kommt, weil sie aus meiner Sprache kommt. Wichtig ist natürlich, dass die Dua richtig ist und dass man nicht irgendeinen Quatsch erzählt bei der Dua. Ja? Was aber auch sehr, sehr gut ist, ist, wenn man einfach das, was man im Herzen hat, bittet und sagt, Das heißt auf Arabisch, oh Allah, gib mir Gutes im Diesen, Gutes im Jenseits, gib uns Gutes im Diesen, Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des Feuers. Warum? Weil das, was du im Herzen hast, du denkst, ich möchte diese Frau heiraten. Du sagst dann zu Allah, mit dieser Absicht, du willst die eigentlich, oh Allah, gib mir Gutes im Diesen, Gutes im Jenseits, weil Allah weiß, was gut für ihn ist. Aber wie gesagt, das nur dazu, kurz zusammengefasst, meine Meinung dazu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.